So Max, wie weit bist du schon wieder aufgehob? Ja, fertig. Sag einmal, siehst du, was du da überhaupt zusammenschreibst? Ja. Das ist aber vielst ein Blödsinn, oder? Ja. Du, jetzt sag ich dir doch mal was. Rein nicht immer zurück, du Rotzbua. Weißt du jetzt wie, ich halt einmal die Krabus holen. Nein, bitte. Wohl, die hole ich jetzt. Ja, aber dann brauchst du nicht blären, das sag ich dir. Und jetzt schreib gescheit, du hast genau 5 Minuten Zeit, dass du fertig bist. Aber ohne Recht schreibvöler, du Rotzbua du. Jetzt ist der Rotzbua immer noch nicht fertig. Aber ich schwöre dir, jetzt geh ich auf in den Wald. Und dann will ich ein paar so Krabus, wie ich will finden. Und ich soll ihm dann die Wadenführer richten. Weil dann wird er mal sehen, was da los ist. Boah, hoffentlich findet ihr ein paar. Am besten gleich 10, aber mir reichen zwei auch schon. So. So. Katu, da rickst du auch da. Gut, sie findest du. Papa, Papa, Puppies! Papa, Puppies! Papa, Puppies! Papa! Papa, Puppies! Papa, Puppies! Danke, dass du mich geredet hast für die Grabus! Ich sage dir etwas, ich werde nie mehr schimpfen mit dir. Okay? Ja. Passt! Gehen wir nach Hause? Ja, dann kommst du. Arhh! Vielen Dank.